herzlich willkommen zu die zwei um viertel nach drei hinter uns ist ein zombie ja 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 überwischen auf dem dach unter der fleischemachen hallo herr sturz hallo herr sturz hunger ich will schon mal anmerken dass ich heute nicht mehr allzu lange mache ich habe gerade irgendwie irgendwelche kräuter gegessen okay und da ich habe jetzt noch vier vier minuten food poisoning starving weil ich gebrochen habe glaube ich gerade was hast du gemacht ich habe diese kräuter essen also ich habe moldy bret geskrabbt und dann kam so ein pflanzen gedöhnen raus und da gestand juice du hast moldy bret geskrabbt ja genau ich nehme jetzt mal so eine möhre und probiere das mit einer möhre mal gucken was bei rauskommt zwei geskrabbt naja ich muss trinken ah jetzt habe ich gemüse gedöhns food serving wedgie das ist so ein hier habe ich hier trinken habe ich hier da habe ich gerade gecraftet nichts vor dem meinem magen sind wir auf neun prozent ich bin bei acht also müssen irgendwie und hier kann man irgendwie salat draus machen ah man muss vier sachen kraft dann kannst du salat machen oder zwei machen wir noch irgendwas gemüsetechnisch also du bist jetzt kommen ja kommen ist noch alle rat ist doch auch gemüse oder ja 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 das geht und daraus kann ich jetzt wieder ein verdienst salat machen wie viel energie hat wie viel hast du auf dem also ich habe acht prozent ich habe sie mir jetzt dann er sich den salat oh ja und da kommt die heilung okay also die möhren nicht einzeln essen sondern scrappen und dann kannst du die wiederum zu neuen sachen verarbeiten muss man sachen loswerden ich habe einen grill haben wir schon grill hier in den feuern nicht machen wir hier drin hier ist das doch ja sogar zwei warte jetzt habe ich hier ist drin du machst ein steak weil essen ist unser problem ich habe auch noch hirn brain matter red on a stick red on a stick stück rate gefällig ich habe auch eine ranch gefunden by the way nice kann ich dir jetzt so essen die futbolisierung null jetzt breche ich schon wieder was hast du denn was ist ist du hast du irgendwie einen verdorbenen magen oder sowas ja aber ich habe doch aber ich habe doch ein fleischi essen ist doch alle gut macht doch mal soll denn das immer macht doch mal nicht grills handwich und nicht schlecht brot äh ich esse noch mal was aber ich habe noch mal gebrauchen sag mal jetzt halt immer ständig nur am spucken hier ich bin bei 80 prozent wenigstens oh das ist aber bitte drop yo 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 ok wir haben eine aufgabe für diese folge ja das müssen wir machen jetzt ich vermisse diesen knopf ein ein automatisch einräumen diese ja das stimmt dass das das auch in die vanilla rein das geht ja gar nicht geht ja mal gar nicht so 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 high performance running shoes wenn wir jetzt ein bisschen rennen müssen müssen wir ziehen mal an für den tagesausflug ja es ist aber lasst du so ist gut das recht meintet man willst du nicht die guten meckern du bist wie so ein fußballer weißt du diese diese auffälligen schuhe an genau noch eine halbe bandage bei und hauntes of clean water ja ich habe noch 13 minuten essen ist jetzt was darin was man essen kann nee ich habe dich hier reingepackt in die kiste mache ich das vorher mal aus mach mal was hast du denn hier gekocht kohletabletten der fragment ist auch nicht nein ich habe hier da oben fleisch fleisch geil hier ist bitte lass mich mal satt ich nehme mir auch noch so ein smoothie hinterher ja alles klar ich komme dieses geräusch wenn du über so eine leiche hier läufst weißt du so ein na nicht jetzt habe ich wieder am schuh du wirst echt gucken stellenweise was denn weil da was drin ist ja 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 liegt da noch was drin so wir holen uns aber airdrop das ist unser primäres ziel oder ja ja das muss sein ich glaube ich werde mir auch mal einen bogen machen ich habe gerade 54 pfeile gecraftet brauche ich auch treffende minus äh hier ist übrigens der shotgun messer ja 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 aber den kannst du glaubst du nicht dass wir da reingehen ach das ist doch gar kein problem mit einer schusswaffe wenn du wenn du zum biefer prügeln willst das ist ja überhaupt kein die gehen ja schnell kaputt hier in der mut also das ist ja alles überhaupt kein thema deswegen hat die die nurse hier schon 35 schüsse habe ich jetzt schon abgeben wie viel prozent essen hast du 16 wo bist du ich kämpfe noch mit der university hier wieso wir sind schon wieder nicht befreundet oh man alter ich habe die befreundschafts freundschafts rausgegangen ich weiß nicht wo du bist sonst helfe ich dir schwierig wo kämpfst du denn jetzt ich hab's ich sehe dich halt nicht sonst hätte ich unterstützt ich habe nämlich ein mre für dich gefunden also sohn sohn freundschaft komm zu mir komm jetzt hat er mich erwischt scheiß ich blute bandage dran jetzt kommen sie jetzt sammeln sie sich aber hier oh jetzt rennt er wieder nicht die guten ich habe gerade gefuttert du machst mir jetzt nicht platt ich habe verdammt ist ein bisschen blöd hier vor allem mit dem hier ja komm weg dann komm weg komm lass uns nicht die mit den aufhalten die rennen ja nicht zum glück lass uns Richtung airdrop laufen ja ich habe schmerzen ach leck mich doch hier dann komm noch leben komm meine Rüche jetzt ist ja ohne schlecht aus gut geben so bis auf hier ich droppe den maus zu essen hier vorne auf die kreuzung hier hast du den großen und ich ziehe mir den kleinen rein jetzt macht das Sinn ja zieh rein bewegt dich bewegt dich bewegt dich ja sieht gut aus gut ab zum airdrop hier ist auch ein geier das ist nicht gut so ein geier ja kommt schon mal wenn ich es gerade von ihm spreche schön im schwung herbal cream rezepte gekriegt und vier mal hast du zufällig tabletten irgendwie gefunden bisher gar nicht ich habe blaubeersamen ich kann jetzt blaubeersamen sagen was gelernt habe ich ach so ein löffel ich laufe jetzt mal weiter Richtung airdrop ja einfach nur um der sache ein bisschen nachdruck zu verleihen ja fehler könnten wir hier nochmal finden oh ich habe eine hundehalskette oder was ist das hier geh mal nicht durch den Hof ne ne hätte ich auch nicht gesagt lieber außenrum ach der ist drin im Hof scheinbar nein der ist dahinter du bist dann nein oh pass auf na der ist langsam ok wir holen uns den der ist hier in der Wand warte holen ihn wollen wir gucken oha oha ich habe jetzt nicht so schnell geguckt ja ist egal aber da ist gut stattfand zurück würde ich sagen oder adler adler hinter dir gib ihm hart probier's mach den bouncer schön weggemacht ok ich habe 40% ja glaube ich gerne oh ach sollen wir den noch looten soll ich den auch warte schnippeln ja mach ich mach ich ich habe sie im schuss ok habe ich auseinandergenommen da liegt irgendwas jetzt pfeile willst du dich mit dem abgeben willst du mich verarschen oh wenn du deine Hand erhebst also don't bite the hand that defeats also ich habe einen Hasma zu quasi komplett krass rote running shoes warum auch immer und eine profession page ähm ne ne klassen dings also noch was lernen was zusätzliches scheinbar drei profession pages weiß nicht was das bedeutet profession ist ja normalerweise die dings ne oh und ne fire axe und vitamine hier nimmer und den ich habe noch screenshots gemacht ja was vitamine meinst du das aber hast du genommen ne noch nicht ich nehme mal einmal ne also die liegen ja auf dem boden hier rum ja die habe ich genommen ja ich gebe mal ein bisschen essen aber ich habe immer noch schmerzen also ich brauche schmerztabletten lass uns mal zurücklaufen ich habe vier ja dann nehme ich eine vier pinkehlers hier und ein bellow noch eine fire axe äh warte mal das hilft nicht das hilft nicht ja die habe ich genommen bruised the bruised will heal themselves over time ah fuck ich habe die guten schmerztabletten naja ich könnte auch ohne ach so ist ja nicht so unter sich das ist nicht so ähm kann ich dir ein bisschen was abgeben ja gib mir ich habe noch Platz wenn du da an bist ähm was gebe ich dir ab hier den wollte ich dir noch geben oh äh da ich meinen ja letztes verloren habe okay ja gebe ich dir jetzt einfach mal kurz raus hier hast du noch Stoff für Bandagen Bandagen Stoff halt auch ja ich habe hier noch Bandagen kannst du erstmal nehmen nur so dass ich jetzt hier ja da mache ich mir nicht mal ganz schnell zwei Bandages weil eben hat es egal das kann weg plant war was alles klar ne ich nimm es mit du kennst mich doch der alte natürlich lass uns mal kurz hier nochmal nach willst du in die ein paar Federn gucken ich kann dir hier ist eine Schlange warte im Moment bevor ich gebissen wird ach so du hast ja den den Dings getötet genau ich habe 80 ach 80 Federn mhm oh äh dann jub mal her dann kann ich nämlich gleich craften ja äh hier liegt so viel ist eine Schlange kann man uns bewegen ich Schlange ich hasse Schlangen ja ja komm dann bewegen wir uns nach Hause ja vor allem ist ja noch oh hier ist ja noch eine leck mich am Arsch hier ist auch ein Hund hast du gehört ne der ist hinter mir her hilf mir mal komm richtung mich komm richtung mich mich ich zieh in eine rein ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne ist hinter mir her hit ok slow slow down down sehr geil eigentlich müsste man die Schlangen mitnehmen die haben ja auch ein bisschen oh ich hasse Schlangen nur also ich komm da nicht ran im game auf jeden Fall ne lass es kommen bevor ich eine Vergiftung mir hole und dann da hab ich auch keinen Bock drauf komm auf die Straße da rennen wir uns ein bisschen schneller oder wir rennen quer durch hier ist ein Schemwey Food ja ein Poppenpilz also da würde ich doch mal das ist doch so eine komplette Geschichte hier da würde ich mal gerne reinschnuppern da schnuppern wir auch mal dann ähm du hast mir eine Feuerachse gegeben hast du gesagt ne erstmal eine Bandare Bärden so Bandage auf Tasche kommen die die Schlange ne die verfolgt dich dann ist gut echt also ich geh jetzt kurz nach Hause ja ok dann komm ich auch sag doch nein ich muss doch ausladen ja du hast absolut recht aber interessant hier die Stadt ja sieht gut aus ne KitchenAid ne KitchenAid ja können wir direkt was backen wenn man schön Hefeteig ansetzen die können das mal schön komm übrigens für diese Mod kommen fleißig Updates ich hab gerade bevor wir neu aufgenommen haben hab ich ähm hab ich wieder ein Update gemacht auf der Mod wird immer schön gebackfixt das ist gut ne das ist gut finde ich gut naja der ist ja dran der Entwickler von der Mod ich hoffe dass der das halt auch für die Alpha 19 entsprechend umsetzt weil ich finde es eigentlich ganz cool oder ist es nervig also bis hier ist das ganz gut ich weiß nicht äh wie jetzt sag ich jetzt mal das äh sich weiterentwickelt so also das nervt mich schon ein bisschen ja wobei das ist ne andere Art 7 Days machen wir das so aua der zübelt aber gut rein 19% hast du ihn? ne ah jetzt ist der Bogen kaputt ja das passt ja Wollsen together we are strong together we smash the zombies we smash we smash so so 19% wie kriegt man sein Leben hoch? na hier ruf stellen wahrscheinlich denkst ne so äh was ist das denn? wieso ist denn hier Webs drin? hab ich reingelegt achso wundere dich das nicht wundere dich das noch wollte ich sagen in hier so Pillen mach ich auch hier rein jetzt hast du mir die Webs hingesetzt Webster ähm alter Spider-Man du was ist denn mit Storage? hier sind noch Federn dropp ich dir mal ne Storage Chest in dem Sinne gibt's gar nicht oder was? Storage Chest muss ich lernen muss man lernen das ist auch so ein Skill genau hm hab ich so ein Pfeil ein Einzeler ich kriege jetzt nicht sehr realistisch Iron Cottage und Fragments hast du äh Frag hast du ich hab alles in die Kiste rein Cloth? ne hab ich alles in die Kiste rein Cloth? hast du mir gedroppt für die für die Bandasen sehr gut Iron Cloth und was war denn? was denn? Hunde wo? Wölfe laufen vorbei Richtung Nordwesten einen seh ich wer? echt ach da stimmt die sind im Rodel schön jetzt sind sie weg find ich gut gemacht ihr fällt mir sehr gut was haben wir denn noch an ähm wir haben ja mittlerweile sind wir schon Tag 3 und wir sind ja schon gut vorbereitet auf die Horde ne? ja ja wunderbar ich denke einfach es kommt keine das ist jetzt meine Hoffnung meinst du das Spiel sagt so oh Gott die beiden das ist ja das wird nix du würdest schon denken ja ok wollen wir mal drüber in den in den Laden rein was ist eine profession page profession ist ja die die profession ist ja die die Ausbildung oder wie sagt man das die deine Profession dein dein was du machst also Pharma oder so weiter Ausbildung Beruf oder irgendwie sowas also wir brauchen übrigens fünf Skillpaper und ein Inkpen um ein Black nee Blank Skillbook zu machen ok und mit dem Blank Skillbook und 20 Profession Pages können wir uns eine Profession sozusagen craften nochmal zu meiner Frage gehen wir den Laden da looten den poppen Pilz wir poppen den Pilz naja dann wir poppen in den Pilz hat das noch eine Tasche gemacht ich hab noch eine Tasche gemacht genau weil mein Inventar ist noch completely können wir eigentlich Spikes so aus der Spikes Trap Starter ja und machen was kleinen Sticks Spikes weißt du was da craft jetzt mal 22 aus den Sticks dauert zwei Minuten mal gucken was bei rumkommt dass wir zumindest wenn die Horde kommen was Spikes wie viele Sticks hast du ah gut die kriegst du ja aus jedem Kram Deal Handweight Scrap was ist denn mit Nägel was können die denn ich stell mich nochmal auf den Schlafsack während ich mir die rede damit ich ein bisschen Leben dazu krieg Spike Plank Sharp 2x2 was von was redest du gerade weiß ich auch nicht äh es gibt so mit den Nägeln kann ich einen Spike Branch machen tatsächlich ok da gucken wir gleich mal rein das klingt aber gut was ne Spike the Ranch ne ne Branch ah Branch 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 ist der Zweig oder ich weiß es nicht ja ja ist der Zweig willst du mal hier die Spitzen kurz ausprobieren ich würde die mal droppen wenn ich mich durchheile ich soll mich äh soll ich mich da reinstellen nein du sollst einfach mal setzen ob das so geht wie ich mir das vorstelle was das ist einfach mal irgendwie keine Ahnung was ist das denn da los Vitamine lassen wir mal hier ich hätte gesagt dass wir die Horde also dass wir hier wie so ein Turm machen weil weißt du dass er von hier vorne kommt dass wir uns auch vordach stellen also weg von der Leiter und gucken dass wir die dann mit so einem kleinen Turm da hoch gebaut kriegen ok besser dass wir die hochlocken bisschen kiten weil ich glaube wenn hier eine Horde kommt sind wir echt am Arsch wir kämpfen ja an einem Zombie schon stundenlang können wir jetzt mal losgehen ja ja klar wie voll ist denn dein Inventar und hab ich leer gemacht soweit also ich hab halt Steine und Stöckchen dabei aber und Stöckchen und Steine und Ersatzknüppel und so Sachen jetzt frag ich ob das sind das ist jetzt mal ein Walkie Talkie leer oh du hast den ich sehe den gerade den Spike Crunch das sieht ja cool aus das Ding ist das für dich auch ein anderes Modell ja gell alter was ist denn das sieht nicht schlecht aus bleib mal so stehen genau so Moment das sieht ja das sieht ja Hammer aus kann man mal warte mal kurz ich hab die das sieht ja richtig gut aus naja so jetzt das sieht also da sieht man richtig die Nägel also ja ja auf jeden Fall also jetzt auch aus meiner Perspektive nur die Textur sag ich mal vom Stock ist nicht so optimal aber ansonsten echt die sieht halt aus na gut sieht so ein bisschen betonmäßig aus ja ja so ich würde sagen ich hab schon wieder Durst aber ansonsten gehen wir los ok alles klar mach mal ok bist du jetzt irgendwo runtergeschmissen ne ja ich bin runtergesprungen runtergeschmissen danke ich kann ja mal die Spikes kurz ausprobieren wow wow Wolf hier komm zu mir komm zu mir komm zu mir hier sind ich hab Spikes auf die Straße gesetzt ah gut das ist eine gute Idee ah ja das sind aber andere Spikes als wir sie kennen so ja komm dann willst du ihn jetzt locken dann musst du ihn anschießen ey komm läuft dein Ernst ey in the battle na jetzt so und jetzt oh er ist schlauer als wir ok interessieren die Dinger nicht anscheinend nicht halt das wissen du ok lass ihn komm lass ihn er hat er hat er hat genug meinst du er hat genug der hat kapiert wer hier der dominante die dominante spät jetzt von ihm gerupft seine Brüder oder den Mutantenbär waffens wir wollen wir wollen aber da hinten hin also oder dahinter war doch nee den Schocker Marseille willst du nicht nee nee wirklich also hab ich jetzt mal so also was wir machen können ist uns hoch frame ne ja aber wenn da oben wirklich auf dem Dach so wie eine Vanilla eine Menge bestimmt so ja wahrscheinlich eine ganze Menge aber deswegen die kriegen wir nicht weg weil wahrscheinlich auch so fliegende Monstervögel und so ein Scheiß ja irgendwas Mutantenspucker mäßig oder wir nehmen hier erstmal die Smoked Rips auseinander das ist ja eine Bar wo wir hier gerade davor sind ich glaub den sind wir aber wirklich besser bedient mit mit dem Pilz mit dem Pilz ja wo war denn das Ding jetzt hier hinter irgendwie der Bier denn da geh ich ganz sicher nicht rein da weiß ich schon was mich erwartet da hinten rechts ja ach so ach guck mal hier ist ein Radlader da sieht ein bisschen sag jetzt mal guck mal hier ein Passat oder das dürfte das sein wo ich davor stehe das sieht leider ein bisschen komisch aus aber ansonsten was denn Texturen kaputt ja oh ja Texturen kaputt ja ach so nur im Dunkeln guck mal aha zeigst du ein wahres Ich ja nee das ist Two-Face weißt du der hat einfach zwei Seiten auf der einen Seite hübsch auf der anderen Seite so Two-Face Bulldozer genau hier ist Pete's Pub da gehen wir nicht rein dann machen wir Poppenpilz würde ich sagen ich glaub heilen ist eine grundsätzlich gute Idee oh ich hab ne scharpen Mod Woodsplitter Mod Mechanik Schematik ich mach schon mal hier auf ne ja ja ich bin da wir gehen nicht den Weg entlang wir gehen einfach rein oder was ja genau ich hab ne 3D Brille gefunden ich hab ne 3D Brille gefunden ach Scrap for Paper Engmas knurrt doch hier ab bei dir ich treffe den Ding nicht oh komm oh komm das Alter so oft wirkt noch nie von Schommel komm mal raus bitte komm mal hier raus das ist mir zu knapp hier zu kämpfen warm in your face oh god aua aua hat irgendwas geknirscht jetzt rennt er er rennt ich hab null Stamina muss kurz warte einen Arm weg komm her du und nochmal auf die 12 und auf den Kopf mein Spike Klapp ist echt ein Witz der Nachbar ist aufmerksam geworden der Gasjunge machen wir den jetzt erst weg dann müssen wir sonst macht es ja gleich im Rücken ja ausdauer sammeln eine zwei oh das ist der dritte vier und der noch ok hat ein bisschen was vom Mobbing zu tun pass auf da kommt ein großer ein großer ja ja muss kurz mal das Damina ja ist schon 19.30 erler oh ich hau wirklich wenn du nicht wenn du nicht voll drauf bist ok dann schlägst du immer daneben ok ist weg hat ein Teddybär dabei gehabt wir gucken mal was hier in der Schule 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 ok jetzt Essen auf jeden Fall rechts habe ich schon mal gesehen ist hier noch was zum Looten dann nehmen wir die Kühlung auseinander Rubberbands Gummibänder sonst nix ah hier geht es ins Treppenhaus oh hier wird es aber laut oh hier kommt einer oh Gott hat er mir ei 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 direkt geblutet meine meine Schlagringe sind auch demnächst kaputt ein Schlagding Schlagringe die repariere ich wird mal Repair Kit ich habe noch einen halb voller Level 1 in der Tasche ja gibst du mir dann am besten oder gibst du mir dann direkt mal genau muss nur irgendwie ein Bow machen dazu Fiber Cottage ich lasse mich mal ganz kurz ja die habe ich ich habe da hier hier ich habe hier hier drop da oder brauchst du die geflochtenen ja bin ich auch dabei hab ich auch passt 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 10 Sekunden okay gut ich lasse rein 20 Uhr ne ja aber vielleicht noch mal kurz reinschnuppern hier Pharmacie können wir nicht hier irgendwie oh shit jetzt zwirbt er mir eine rein oh jetzt sind die kaputt scheiße die sind kaputt zieh ihn raus zieh ihn raus komm durchs Fenster raus komm durchs Fenster genau äh keine Arme keine Kekse sag mal oh ey der beißt ach so das ist doch ein Witz aber wirklich wie schön das jetzt funktioniert beim Kämpfen spitze wie bewegst du dich denn nein das ist nicht mehr laggt das war doch vorher so meinst du das ja so nochmal rein nochmal in den Poppenpilz schnuppern ich bin bei 23 health jo aber okay kommen sie fast durch bis dahin mach ich nochmal schnell die die Schränke leer oh man ey ich kann mal nicht was ist denn hier okay ich muss raus komm nach Hause ich hab die Kassen gelootet wo bist du denn ich bin hier vorne ja lass uns lieber nach Hause gehen bevor das hier schief geht also müssen wir eh am Ende einer Folge nochmal schnell den Eis laden der geht nicht ja ich würde sagen nach Hause ist eine gute Sache ja 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 ich bin ordentlich eingeschlagen richtig überfressen krieg ich gerade ja gut das war ein harter Kampf hier in dem Spiel in dem Mod schade das wäre jetzt lustig gewesen oh na ich verstehe nicht warum er gerade nicht auf 60 für S bei der Aufnahme kommt irgendetwas stimmt hier nicht nein ich hoffe das ruckelt nicht in der Aufnahme das sehe ich jetzt nicht mehr wird schon nichts bitte nicht ruckeln Mann wenn du nicht also wirklich wenn man nicht 100% mit dem mit dem Cursor aus dem Tombi ist wo bist du hin ach da du kämpfst noch das ist also wirklich ach krieg ich einen zu viel bei sowas oh Pistole Pistole äh muss los muss los Bruder muss los die hast du schon gelootet hier alle ja da war ich von denen schon dran ehrlich ja mach mal mach mal nach Hause packen aus schlafen ne Nacht rüber und dann jeder ich sag nochmal nach ja wollen wir schon mal in dieser Folge ankündigen ich weiß nicht wann das ist oder wann ist diese Folge wir machen jetzt jede Folge machen wir jetzt eine Ankündigung und zwar heute heißt es wer das liest ist doof wer zuhört sowieso ne erzähl warum genau am 26 das ist der Freitag ähm werden wir wahrscheinlich also es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit der Tag sein an dem wir die Alpha 19 streamen dürfen also beziehungsweise komplette Wochenende und wenn ihr Bock habt Freitagabend 19.30 ähm hoffen wir mal dass es losgehen kann werden wir 7 Days to Die Alpha 19 zeigen und werden hier als die 2 unterwegs sein und für die die vielleicht nicht im Stream dabei sein können das wird auf jeden Fall auch auf YouTube erscheinen was wir da machen nicht in Form eines Let's Plays aber zumindest als als Aufzeichnung aber kommt ruhig mal rein guckt euch guckt uns eure guckt euch uns guckt euch uns vor allem ein Fleischhammer ist ja jetzt auch zu sehen das streamt ja nur noch nackt das streamt ja nur noch nackt Freunde guckt euch das an ja ihr könnt euch das nicht vorstellen wie das aussieht wie auch nicht ist besser so hast ein Glaber es gibt Gilly Pants wow ja ne auf jeden Fall werden wir ähm die Alpha 19 streamen dürfen das ist die Ankündigung ob das jetzt der 26 bleibt wissen wir noch nicht liegt an den Entwicklern ja stimmt aber grundlegend ist das der Tag der geplant ist und wenn ihr dabei seid würdet uns freuen im Stream schaltet mal ein wir werden die die Hütte abreißen würde ich mal so sagen oder so sieht es leider aus so ist das das tut mir leid für die anderen die da auch noch streamen wollen ihr könnt ja streamen streamen dürfte voll überheblich guckt nur gerne zu direkt gehasst ja bis zum nächsten Mal Dankeschön für den Daumen nach oben wir freuen uns natürlich und laber laber bis dann tschüss bis zum nächsten Mal und da bis zum nächsten Mal